Ich versuche jetzt so durchs Wasser... Verdammt! Ich versuche so durchs Wasser durchzukommen. Kaulquappe. Oh, ich bin sowas von tot. Ja, ich geh jetzt gleich runter. Ich ertrink gleich wieder. Aber ich zieh so lange ich kann durch. Hilfe! War klar. Du kommst da jetzt auch nicht raus. Ich hab da ein Loch gebuddelt, da kommst du nicht raus. Ja, ganz großen Spiegel. Naja. Ja, da braucht man halt einen Spiegel, ne? Ja, aber ganz zufällig einen Spiegel, den hab ich nicht. Der Marki hat schon den Spiegel, stimmt's? Jo. Hahaha. War so klar. Ähm... Rollen... Äh... So. So, Schock, jetzt müsstest du rein theoretisch eine Rolle haben. Aber kein Mikrofon. Der ist generell gestummt immer noch. Das ist natürlich interessant. Darf ich die PC-Spielerrolle dafür gar nicht eingerichtet? Papa? Ja? Ich glaube, ich bin rich. Du weißt schon, wo wir drin sind. Im Mod-Talk. Ja, da hast du... Ach so, du meinst, dass da niemand reden kann, der nicht Mod ist? Das kann natürlich schon sein. Da kannst du... Da sind wir ja da drin. Ja genau, das kann schon sein. Da kannst du recht haben, ja. Ja, du hast doch recht. Genau deswegen sind wir da auch drin, weil letztes Mal irgendwie einfach ein Haufen Leute dazugekommen sind und uns voll gelabert haben. Das stimmt natürlich. So, jetzt... Jetzt kann es ja nicht mehr weit sein, ey. Ich muss da was gegen das Wasser tun da unten. Sonst sauf ich da immer wieder ab. Nicht runter gehen, Papa. Ich muss dir was zeigen. Was musst du mir zeigen? Wo muss ich hinkommen? Ey, ich komm zu dir runter. Hier, guck... Guck mal. Komm mal her. Schau mal. Was war das? Bau dir mal ab da. Auf dem Boden. Dieses grüne... Warte. Jetzt mal ragt ja, okay. Wenn ich den verkauf kriege ich ganz viel Kohle. Du kannst natürlich damit auch unser Haus einrahmen, ne? Wieso? Und du kannst den damit... Schock kann uns hören, aber nicht reden. Das machen wir bis zum nächsten Mal. Dann kriegen wir das geklärt. Wie gesagt, das ist letztes Mal wirklich so gewesen. Wir haben zusammen gespielt, PixArk hier. Und da kamen dann Leute dazu, die... Wie soll ich sagen? Die haben ja immer alle keinen Push-to-Talk. Und dann quatschen die uns so voll. Und wir wollen aber hier ein bisschen in Ruhe so vor uns hinspielen. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist ein bisschen too much so. Und dann kam das dadurch, dass wir gesagt haben, okay, wir machen hier ein bisschen... Ey, ich brauche Sauerstoff. Bruder, ich brauche Sauerstoff. Ich muss hier irgendwie einen Weg oder was hin... Sauerstoff wird überbewertet. Na, okay. Also bis jetzt, da unten komme ich nicht jetzt. Da muss ich auch was machen zum Atmen. Das nützt jetzt alles nichts. Also ich habe ja bis jetzt noch nie... Also ich habe ja schon immer so einen direkten Weg nach unten in die Hölle gemacht. Ne? Aber ich bin jetzt irgendwie... Dieses Mal ist es schwerer. Wir machen also das hier nach unten. Wenn du mir einfach folgen würdest, ne? Du bist auch schon lange dabei, wa? Ich sehe da drüben, glaube ich, jede Menge Platin. Kann das sein? Mark, links von dir ist doch bestimmt Platin, ne? Ich weiß. Aber ich muss das Wasser erst einmal ablassen. Diese dummen Fische hier. Kommt her, Piranio. Piranio und Piranha. Nein, 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 nein. Okay, so. Jetzt gehen wir hier runter. Und ich setze mir hier erstmal einen kleinen Weg nach rechts rüber. Was ist denn das? Jedes Mal... Ach, da hängt ein Assi-Zombie in meinem Weg da unten drinnen rum. So ein Blödmann, ey. Das ist ein Skelett, um ehrlich zu sein. Ja, du hast es gesehen, wa? Jetzt gehe ich dann zum Marki mit rüber. Naja, um ehrlich zu sein, stand das im Chat. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay. Jetzt gehe ich da drüben beim Marki mit lang. Was machen wir dann einfach hier lang? So. Leuchtstab. Wir machen ein bisschen Licht. Also ohne Licht ist es doof. Es ist echt dunkel, das Spiel. Deswegen habe ich ja extra versucht, die Fackel in die Helle zu kriegen. Oh, da gibt es eine Menge Blei noch beim Marki. Warum ist denn hier so viel Wasser? Dieser dumme Fisch, ey. Geh weg da. Mach ab, du Fisch. Das darf doch nicht wahr sein hier. Kann das? Gibt es das? Das ist doch Oberaffen doof. Ich bin zu schwach dafür, alles. Was habe ich denn im Inventar so mittlerweile? Nichts, ne? Minimales Platin, ein bisschen Blei. Das ist, äh... Ich könnte jetzt nur gucken, ob ich aus Blei noch was anfangen kann. Wir können Seile bauen, wie es aussieht. Netzseilrolle. Auch nicht schlecht, ne? Könnte man auch machen. Da kann man dann, glaube ich, gleich 25 Seile oder sowas zusammen mit einem mal wegschmeißen. Okay. Rechts gedrückt halten. Okay. So geht das. Okay. Haben wir ein bisschen Zinn und ein bisschen Blei. Machen wir gleich mit hier um. Nein. So. Warum nervt ich das hier so? Geh doch mal weg, du dummes Fenster. Oh. Nein! Jetzt habe ich die Leuchte und den geschmissen. Okay. Kann ja mal passieren, ne? Schleimi. Ich habe bloß ein Zinn... Ich habe bloß ein dummes Zinn-Ding. So. Warte mal. Hier. Holzwände haben wir ja in großen Mengen. Also könnten wir hier ohne Probleme sagen. Tisch, Stuhl. Genau. Und Licht. Genau so machen wir das. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sind das denn zwölf? Bin mir nicht so ganz sicher, ne? Zehn. Die brauchen zehn innen drin. Ja, ich glaube, die brauchen immer zehn breit und sechs hoch, ne? Glaube ja. Leute, wisst ihr, was ich herstellen kann? So, dann ist das hier auch ein Tisch. Was kannst du herstellen? Eine Toilette. Okay. Top ist das. Top. So, jetzt werden wir das mal schnell machen. So. Hier haben wir schon mal einen Tisch. Es kriegt er noch einen Stuhl. Da haben wir gleich mal zwei. Tisch und Stuhl. Tür hat er auch. Wir müssen, braucht er zwei Türen? Ich weiß das. Ich komme nicht mehr ganz genau, ne? Dann nehmen wir noch eine Werkbank. Werkbank, ähm, und Stuhl. So. Dann machen wir noch die beiden. Ich habe doch, glaube ich, eine Tür in der Tasche. Genau, ne? Wollen wir mal schnell schauen. Machen wir hier mal eine Dirne hin. Und dann machen wir hier noch eine Tür hin. Geh wieder hoch. Eine Tür machen wir noch. An diese Stelle. So, haben wir noch eine Tür drin? Okay. Achso. I'm a cat. Herzlich willkommen. Red Army. Was ist denn Red Army? Wer ist denn Hashtag Red? Ich kenne Hashtag Red, ne? Meinst du, ist das jetzt etwa die Apo Red? Kommt jetzt die Apo Red Army? Who is Red? So, jetzt machen wir noch hier oben. Habe ich noch was? Ja, habe ich noch. So. Dann kloppen wir das jetzt noch weg hier oben. Und machen hier noch, damit es schick aussieht, so ein Ding hin. So, haben wir es doch fast symmetrisch, ne? Alles klar. Also, danke auf jeden Fall schon mal an Red. Der mir hier gerade, äh, einen Haufen Zuschauer rübersendet. Was heißt, einen Haufen? Ich habe gerade schon gesehen. I'm a cat. Gravity. Quason. Alex zockt. Baustell. Bossi. Und... Also, danke auf jeden Fall. Das wird dann wahrscheinlich ein Rotten Horse oder ein Raid sein. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich muss kurz mal eben prüfen. So. Also, ihr habt da keine Informationen bekommen. Nicht im Chat und auch nicht im, äh, im Stream. Aber auf jeden Fall danke für die Unterstützung. So, jetzt haben die, jetzt haben die rein theoretisch. Also rein theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Die haben eine Fackel drinnen. Du, 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 du. Jetzt kann ich das ja wegnehmen. Ne, jetzt kann ich das nur so wegnehmen. Warte. Die haben Fackeln drinnen. Die haben, äh, genug Licht. Rein theoretisch. Das müsste funktionieren. Wir müssten jetzt, äh, wenn du mich fragst, müssten jetzt, äh, die NPCs einziehen können. Jetzt machen wir hier das schönste Licht an die Seite ran. Hier. Auch vielleicht noch da. Und hier. Und da. Viele Grüße. Alter. Yo, Dicki. Kein Problem. Vielen Dank auf jeden Fall, Red Skull. Red Skull. Ich muss nachher, dann muss ich erstmal prüfen, dann, äh, wer du überhaupt bist, Red Skull. Das muss ich erstmal rausfinden. Dann muss ich nachher mal bei dir vorbeigelunst kommen. Das, äh, das prüfe ich auf jeden Fall. Danke für die Unterstützung. Was geht in diesem Inventar? Bei der Rüstung ist ein Haustymbol. Klick dort auf was? Auf was? Äh, warte. Sonst, siehst du, ich weiß nicht mehr, wo er wohnt. Ah, okay. Pass auf hier. Da ist ein Haustymbol. Und da siehst du, wer wo wohnt. Ah. Und Jeffrey wohnt überhaupt nirgendwo. Ach. Kann ich das jetzt hier festlegen? Ah, guck mal, ich hab Jeffrey einziehen lassen. Und der nächste darf dann hier hinziehen. Ah. Ich hab Jeffrey also dahin gewohnt. Danke für den Tipp. Das wusste ich noch gar nicht. Ne, 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 ne. Was? Ne, wieso nicht? Wieso nicht? Ich find das schon raus noch. Ich find das schon raus. Red Skull. Find ich raus. Überhaupt kein Ding, Digga. Das machen wir. So. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Äh. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das, äh, dass man bei YouTube jemanden raiden kann. Warte gar nicht. Wo ist das? Hä? Wo ist denn jetzt die, wieso ist denn jetzt die Fahne weg? Hä? Ich bin schon erfahren damit, Terraria. Okay. Warte mal. Wieso ist denn der? Der wohnt da. Ach, den kann man aber nicht. Ich wollte ihn doch umziehen lassen. Mann, was soll denn diese Kacke? Die, die, die Dämonenaugen teleportieren sich bei mir. Das ist bestimmt, weil es irgendwie buggy ist. Okay, hab ich es jetzt verstanden. Weil es leckt. Okay, weil es leckt. Leckt das so doll, ja? Da. Äh. 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 Da liegt es am Internet. Das ist natürlich aber krass. Das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, dass ich so ein lahmarschiges Internet hier hätte. Bei mir. Bei mir auf jeden Fall, äh, läuft es, äh, sag ich jetzt mal, zufriedenstellend. So, jetzt bin ich hier. Jetzt ist es dick, ne? Okay. Ich versuche jetzt mal hier unten irgendwie hinzukriegen. dass ich so ein bisschen nach rechts graben kann. Okay, ich habe hier was gefunden. Ah, eine Höhle. Ja, Lull. Okay, wir haben eine Höhle gefunden. So. Da können wir Wasser ablassen jetzt. Jetzt können wir Wasser ablassen, Freunde. Was ist das denn? Ein einziges Platinerz? So. Mann! Was war das denn? Was soll denn das, Bruder, ey? Irgendwas habe ich jetzt runtergeschmissen. So, dann haben wir hier eine Kiste. Das ganze spinnen, das nehmen wir mit, dann machen wir das Seil draus. Bruder, was haben wir hier? Wiederbelebungsband, Dynamit, Pfeile und Schnullifax. Aber das nehmen wir, Wiederbelebungsband, können wir uns auf jeden Fall anlegen. Das gönnen wir uns. Dann würde ich gerne, das tue ich sehr, sehr gerne, würde ich den, ähm, die Kiste nehmen wir mit. Oh, da ist ein Herz. Das gönne ich mir. Die Herzen nützen dir nix. Noch nicht. Noch nützen die mir nix. Oder geht das hier überhaupt gar nicht mit den Herzen? Nein, geht nicht. Alter, hau ab, du bist viel. Okay, geht also hier gar nicht. Jetzt haben wir die Kiste. Und den nehmen wir auch noch mit. Und, äh, den nehmen wir auch noch mit. So. Auch in den Tisch nehmen wir auch gleich noch mit. Spiegel wäre ja nicht schlecht, ne? Treppen und so, kann man ja theoretisch, Holzklappe ist das die ganz normale, ne? Wir hatten jetzt hier Wasser abgelassen. Hey, wir lassen gerade Wasser in meine Höhle. Dann, wie es sich anhört, könnte es der Marking gewesen sein. Meinst du, das hat sich aus, daran, das hat man schon wirklich deutlich gehört, ne? Äh, ja. Hallo Tim Gameboy, herzlich willkommen. Okay. So, jetzt lässt du das ganze Wasser von dem Platin da oben ab, wa? Wo ist denn hier Platin? Ja, da wo du vorhin gewesen bist, meine ich. Nee, ich bin da schon lange wieder weg. Bin ja gestorben. Ah, okay. Warte, bleib erst mal oben. Nee, was machst du denn, na? Na, ich will das Wasser rauslassen. Warte, warte, warte. Was war denn da rechts unten gerade? Du gräbst dich gerade zu irgendeiner Höhle rüber. Deswegen. Ja, grab du mal, das geht schon. Ich geh wieder hoch, ja? Was ist das? Das war einfach nur ein Netz. Okay. Geh jetzt da rüber, du Heini. Alter, alles geflutet, eh. Und alles geflutet. Wie viel Wasser hier rausläuft, wa? Das ist ja unglaublich, wie viel das ist. Bruder, wie alt bist du? Äh, KuchenTV? Ach, komm, hör auf jetzt. Hörst dich an, die 34. KuchenTV, das ist, äh, sagen wir jetzt mal so. Du bist, äh, gar nicht so nah, äh, weit weg. Aber mich wundert ein bisschen... Mich wundert tatsächlich ein bisschen, dass der Name KuchenTV da steht. Ich dachte eigentlich nur, der echte KuchenTV darf KuchenTV heißen. Bruder. Ja, wir machen die Arbeit und du kommst dann wieder zum Abstauben. Haha, genau so läuft das nämlich bei uns, ja. Netti, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ich muss hier oben noch ein bisschen was erledigen, Leute. Ja, ja, schon klar, Lidls. Ja, ach, was? Äh, jetzt hab ich grad echte Treppe hingebaut. Das hab ich noch nie hingekriegt, ne? Zum ersten Mal. Jetzt weiß ich auch, wie das geht, glaub ich. Äh... Ja, was ist los? Du könntest mal in meine Nähe kommen und Licht mitbringen. Da, wo ich bin, ist das Licht. Ich hab ganz zufällig Licht dabei. Ich versuche jetzt mal. Alter, das geht das. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das sagt er so einfach. Komm mal in meine Nähe bringen Licht mit, sagt er einfach. Hach, ich komme. Mit Licht. Nussi wurde massakriert. Wie heißt das auf der PS4? Äh, Critchiboo 84, glaub ich, heißt es da. Aber das ist hier heute ist nicht Playstation 4. Das ist, ähm, PC heute. Das ist bei Steam. Äh, irgendwo hab ich auch meinen Steam-Account verlinkt. Aber das ist alles... Mein Nightbot funktioniert nicht so richtig gut. Nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist alles. 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 Untertitelung des ZDF, 2020